Ich saß am Schreibtisch und hörte nur so ein leichtes Scheppern und sagte zu Jürgen, alles okay? Und dann sagte er noch, ja, alles gut. Und dann schon so ein bisschen schwächer, nee, oh Gott, doch nicht. Dann hörte ich auch ihn fallen und bin dann diese zwei, drei Schritte da um die Ecke rum in die Renwood-Halle und dann lag er da. Ich habe nichts gemerkt, weder dass ich zusammengesackt bin oder sonst irgendwas, aber dass ich jetzt irgendwas mit dem Herz habe, war mir nicht bewusst. Er wurde ganz schnell tiefblau, dann bin ich schnell zum Telefon zurück, Feuerwehr angerufen. Es ging wirklich nur darum, an der richtigen Stelle diese Herzdruckmassage zu machen. Ich habe gedacht, ich breche ihm alle Rippen, was aber auch wohl nicht schlimm gewesen wäre. Das erlebt man ja nicht alle Tage und es ist natürlich klasse, dass er gerade da war und die Nerven hatte und die Ruhe hatte, meine Reanimation durchzuführen. Ich war nach zwei Minuten schon fix und fertig. Also zwei Minuten war ich schon pitschenass, ja. Insgesamt auch so mit Rückspulen, was die Notärzte gesagt haben, 15 Minuten war ich wohl am Pumpen. Kommt einem vor wie eine Ewigkeit. Ich glaube, die haben mich vier Tage in dieses Wachkoma gelegt und wenn ich mich sozusagen erhole, dann bin ich erst fünf Tage später wieder aufgewacht. Wenn ich nicht da gewesen wäre, dann wäre es das, glaube ich, für ihn gewesen. Ich komme mir jetzt noch leicht ein bisschen in die Tränen. Es ist schon klasse. Nein. Wenn es sich sehr gut fühlt, dann könnte. Ja. Wie geht's. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020